Wir haben dir unter Goethe und Schiller ja gerade noch einen Platz gelassen. Ja, ich bin der Nächste. Ich will, dass du zu mir gehörst. Steht hier mein Bett für die Nacht? Er will alle und alles. Der 24-jährige Bert Brecht. Hört's nicht so romantisch, ihr Wucherer. Hat über Nacht das dichterische Anwitz Deutschlands verändert. Punkt. 500 Vorstellungen in Berlin. Jetzt hast du die Stadt erobert. Wir sind jetzt im sozialistischen Deutschland. Wir arbeiten am Aufbau einer neuen Gesellschaft. Wir haben es geschafft. Jetzt hast du dein Theater. Der Mensch ist enderbar. Auch der Brecht. Elie, der Brecht liebt mich. Und ich bin seine Frau. Und dass du ein Kind mit dir hast, sind das auch Lügen? Das ist gut. Das riecht nach Theater. Und er ist schön, wenn du älter. Wir sind jetzt noch zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020